Hallo und herzlich willkommen zu myScii. Eure News. Heute mit dem 1.2. Heute haben wir eine kleine News. Thema 1 ist das 7 Days of Cedrino und das zweite Thema ist die Bekanntmachung der Match-Ups in der WM am 7. Januar. So, dann beginnen wir mit Thema 1. So, Thema 1 ist das 7 Tage des Cedrino, das ist heiß. Vom 16. bis zum 23.12. habt ihr jeden Tag ein anderes Pantheon im Angebot. Also kriegt ihr auf Skins und auf die Götter selber komplett 50% Rabatt, wenn das Pantheon gerade dran ist. So, die Voice-Pakete, die sind auf den ganzen Zeitraum 50% Rabattiert. Und dann kriegt ihr noch über die ganze Zeit über Doppel-XP. Des Weiteren, in der Aufkunft der ganzen Zeit, kriegt ihr pro 1. Sieg des Tages 40 Juwelen, also 40 Games. Die normal für Echtgeld kaufen müsstet, aber die könnt ihr jetzt einfach durchspielen. Lassen Sieg des Tages verdienen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Thema 2. So, da sehen wir ein... Mach ich jetzt... Manche groß, um mich ein bisschen kleiner. So, hier sehen wir die Match-Ups für die WM, die am 7. Januar anfängt. Wir nehmen mal an, wir sind Isobus Gaming. So, wir sind Match 1 und verlieren gegen Epsom Gaming. So, dann landen wir in Match 7. Also das ist dann in der zweiten Reihe unten. Match 7. Wenn wir das dann gewinnen, würden wir ins Viertelfinale kommen, gegen Paragym. Wenn wir dann alles gewinnen, sind wir Weltmessung. Also, wenn man im ersten Spiel verloren hat, ist man nicht raus. Man hat noch einmal die Chance, gegen den anderen Verlierer zu spielen. Aus dem ersten. Zum Beispiel verliert Isobus und... Oh my... Oh my God, B. Wenn die beiden verlieren, spielen die gegeneinander. Und wer von den beiden gewinnt, kommt trotzdem ins Viertelfinale. So, jetzt gehen wir mal kurz auf die Teams ein. Match 1, habe ich ja gerade gesagt, Epsilon gegen Isobus Gaming. Isobus Gaming kommt aus Lateinamerika und ist leider Champion. So, Match 2 ist Pain Gaming, also brasilianischer Meister, gegen Oh my God, B. Ist der chinesische Meister. Und dann kommt Match 3, das ist dann Enemy gegen Avantgarde, die kennen wir ja. Und Match 4 ist Feneri gegen Kooji. So, je nachdem, wie die dann spielen, zum Beispiel wenn wir jetzt Epsilon folgen, Epsilon gewinnt gegen Isobus, kommt dann in Match 5, gewinnt das auch, sind dann Quater Final 4, also ganz unten, und können dann weiter zum Finale spielen. So, das war's jetzt von den News, ich hoffe euch hat's gefallen, lasst eine Bewertung da, schreibt Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn ihr Fragen zu diesem ganzen E-Sport habt, fragt mich gerne, wir werden jetzt bald auch weiter die, aber wahrscheinlich werden wir das am Stück machen, die Super Originals, was wir schon mal ein Spiel gemacht haben, gecastet. Machen wir komplett am Stück, weil dann haben wir das schnell gemacht und haben es geschafft. Weißen, weil die WM jetzt müssen alle so die Super Originals machen. Und wir versuchen es live zu machen, die WM, Carsten, aber da wir noch nie mit Twitch gehandhabt haben oder so, wissen wir noch nicht, ob wir das schaffen und zeitlich auch nicht, weil ich hab da persönlich Geburtstag. Da wird da auch schwierig. Aber auf jeden Fall wird auf diesem Kanal hier, auch wenn nichts live kommt, werden wir die Carsten, also dass wir so gesagt eine deutsche Wiederholung machen, von denen, von der WM, also dann, haut rein, spielt weiter Smeid, wie immer, und tschüss.